In der Vergangenheit herzlichen Begrüßen zum vierten Spiel. Darf ich starten? Recht, raus. Jetzt geht's los. Recht, herzlichen Begrüßen der 15. Mäste in der ESV-Ordnung von Holz. Jetzt geht's mit unserer Handmannschaft in der ESV-Ordnung von der ESV-Ordnung. Jetzt geht's mit Füßen, der mich vom Landesverfahren in der ESV-Berechte, Geschäftsführer Lohmann, gleichzeitig Geschichtssichter Harald Töhriger. Jetzt kommen von Holz, Mannschaftsführerin Julia Feichtgraber. Nicole Feichtgraber. Simone Steiner. Ulisi Stoller. Und Elfriede Garz. Kommen wir zu unserer Heimmannschaft, Mannschaftsführerin Karin Schwarz. Monika Kalli. Verena Koksler. Magdalena Klassensteiner. Und Renate Kalli. Drei, Drei, Drei. Und die Koksler. Drei, Drei, Drei. Drei, Drei. Drei, Drei, Drei. Drei, Drei, Drei. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Okay. 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 Achtung! Vielen Dank. 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 Okay. Bye. 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 Das war's für heute. Okay. Komm her da, komm, auf die Aussage. Das war's, das war's. Vielen Dank. 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 ... 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